Musik 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 Also, wir sind das erste Mal auf der Originalbühne, alle sind aufgeregt? Ja, der Choragraf und später der Dance Captain studiert die Choragrafie mit dem Ensemble ein. Unser Dance Captain ist Nina Obergang. Was macht ihr denn jetzt wirklich hier genau? Also, wir blocken hier gerade das Finale durch. Wir haben es ja schon auf der Probühne gemacht, aber auf der Bühne ist immer noch eine andere Sache. Und wir haben so kleine Hilfslinien, um uns zurechtzufinden, sodass auch niemand aus der Reihe tanzt. Wir haben Nummern von 1 bis 5 hier vorne aufgeklebt, sodass wir quasi in dieser diagonalen, aber auch diese ganzen schwarzen Teile, die an der Seite hängen, die Gassenwände sozusagen, benutzen wir als Referenz da vorne nach hinten zur Seite, sodass alles eine rechte Ordnung hat. So dass das Licht zum Beispiel weiß, wo wir stehen, um uns fokussieren zu können. Das Bühnenbild weiß ganz genau, wo sich die Tänzer aufhalten, dass da irgendwie keine Unfälle passieren. Und wir als Darsteller wissen auch ganz genau, wo wir zu stehen haben, falls man irgendwas sein wird. Das ist ein bisschen viel zu machen. Hier wir gehen. Jetzt gehen wir nach. 3, 4, 6, 7, 8, 8! Was wollen wir bei Baby-Rocky? Die Leute, die schon mal drin waren, die wissen schon, was wollen wir? Ja, genau, einen richtig fetten Rock-Sound wollen wir und deswegen sind in diesem Theater 1000 Meter Lautsprecherkabel, 4000 Meter Audio- und Videokabel verlegt worden und die gesamte Anlage im Haus hat eine Power von sage und schreibe 70.000 Watt. Nein, ich bin wieder. Ich habe gar nichts richtig gesagt diesmal. Okay, das ist die Weserzelle. Das bevorzugte Spielzeug von unserem Kommandant Kasshoff. Nein, insgesamt stehen im gesamten Bühnenraum, übrigens, 25 Tonnen Bühnenbeton. Schon allein der Ton der Klöffel, muss man sich mal vorstellen, wiegt 2 1,5 Tonnen. 1, 2, 3, 4! 3, 3, 4! food 3, 5! Bring mir mein Mikro. Ich bin Kruppi und Brody. Na, wenn ich wohl Sex mit dir selbst haben müsse, dann bleibt also alles vom Alten. Schnauzebapp! Musik 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 Wörter Musik 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 Baby, you're all better off of the level X Me well, we will rot X Yeah Me well, we will rot X I am an monotone Me well your odds gonna be some beat, some things Got my lovely things down, who'd eat this please Somebody else will then hit me no gase We will, we will rock you Wait! We will, we will rock you Yeah here we go We will, we will rock you We will, we will rock you Das war's. 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 Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! 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 Ja, 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 ja!